Ich habe dieses Lied auf TikTok gefunden, okay? Also es war ein Künstler, der hat so ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das so schön. Ich weiß, es wird vielleicht nicht den ein oder anderen Rap-Künstler interessieren. So, aber ich fand den Song unglaublich schön, Mann. Too Sick und Kado haben den an... Warte mal, Kado? Ist das der Kado? Der? Von Love? Von Love Dog? Nee, das ist der nicht, ne? Das ist der doch nicht. Ist der das? Nee, scheint nicht so. Hieß der anders? Hieß der Kano? Ja, das kann auch sein, ne? Dass der Kano hier ist. Okay, Übergang heißt der Song. Und ich würde sagen, wir hören einfach rein. Ich fand den unglaublich schön. Jo. Nein, ich habe da drauf geklickt, du Drecks. Auch schön laut. Augens. Ich komm ans Mal ab von der Frau, aber bin auch immer klar genug, dass ich noch fahren kann. Ich glaub, dass wenn ich mir das bevorn komm, komm ich heute zu dir ohne Bad an. Boah. Boah, ich find das Lied so schön. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber... So kurz davor, was war da los? Boah, ich... Scheiße, ich will's gerade einfach nur mit euch zusammen hören, so. Ich glaub, ich werd gar nicht so groß pausieren oder irgendwas dazu sagen. Ich weiß nicht, ich find's so schön. Ich find seine Stimmkontrolle so schön. Teasy-Feelings, oh. Kommt MC Bilal auf YouTube? Ja, das auf jeden Fall, keine Sorge. Ich war nahtlos. Manchmal auch ich heb für diese Welle, mach mich so ratlos. Ich glaub, ich brauch grad Trost von dir. Auch diese Reime, diese Reimstrukturen, wahnsinnig interessant. Wirklich wahnsinnig interessant. Wir zwei sind fast durch die Züge gegangen, da war nicht viel Platz für den Übergang. Ich weiß nie, was ich noch üben kann, damit sich das endlich fühlen kann. Wir zwei sind fast durch die Züge gegangen, da war nicht viel Platz für den Übergang. Ich weiß nie, was ich noch üben kann, damit sich das endlich fühlen kann. Oh, ist das schön, Alter. Sowas tut einfach der Seele gut. Auch wenn's ein traubiger Song ist. Aber das tut so gut, sowas. Ah. Und ich weiß, dass jetzt nur noch die Leute da sind, die gerne Musik hören und nicht nach irgendwelchen Hype-Songs suchen. Und deswegen freut mich, dass ich euch diesen Song zeigen könnte, weil ich glaube, da waren jetzt ein paar Leute dabei, die sich darüber freuen und den bestimmt sehr gerne privat auch hören werden. Und tatsächlich bin ich so einer. Ich muss sagen, ich hatte den Anfang halt, also die Hook war auf TikTok und die Hook hat mich so abgeholt. Ich hatte echt Angst, sag ich mal, dass die Parts irgendwie vielleicht mich nicht abholen. Aber ich muss sagen, der Song ist schön. Der Song ist wirklich einfach nur schön. Man müsste davon so eine Techno-Version machen, damit das viral geht und dadurch kommen dann die Leute alle dazu. Das wäre eigentlich ganz geil. Zumindest, oder ich kann mir vorstellen, dass er damit einfach viral geht, weil es einfach schön ist. Es ist so ein schöner Song, Mann. Vielen Dank, Levin. Ich weiß nicht, wer du bist, aber schöne Musik machst du. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich kann mich nicht abholen.